So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei Toll of Warhammer 3 mit den Waldelfen, mit Dreyka, um genau zu sein, mit Dreyka heißt sie. Wir werden angegriffen von den Ogern, um genau zu sein von Skrack, der Schlechter. Das Spiel sagt, mit dem Pyrosieg werden wir Autoschlaft machen. Ich muss kurz gucken, was er denn für Zauber hat. Also er kann sich verstärken, er kann Mut nehmen. Kann er Schaden machen? Ja, leichten Schaden. Das heißt, wir sollten uns nicht zu sehr auf einem Haufen aufstellen, sondern etappenweise. Er hat ein paar Werfer dabei, die kriegen wir mit unseren Bogenschützen locker klein. Und die großen hier kriegen wir, glaube ich, auch locker klein. Wir machen die Schlacht. Stellen uns in Verteidigungsformation auf. Die sind Anti-Infanterie, oder? Das sind, glaube ich, Doppel-Koilen-Dudes, die gegen Infanterie sind. So, also, Verteidigung von unserem neuen Wald. Wir starten die Aufstellung. Ich nehme mal schnell alles zurück. Versammelt eure Krieger. Der Feind reiht sich für einen Angriff auf und wird schon bald vorrücken. Da ihr euch verschanzt habt, stehen euch die Verteidigungen der Siedlung zur Verfügung. Setzt sie klug ein. Hm, Reichweite plus 20 für Einheiten, die im Hintergrund stehen. Nachkampfangriff minus 15. Grundlegender Geschossschaden. Wir könnten hier das mit dem grundlegenden Geschossschaden machen und so ihn relativ einfach wegschießen. Ja, also, dass wir hier das mit dem grundlegenden Geschossschaden machen. Und das zählt dann für den Bereich. Und dann schmeißen wir hier zum Beispiel die so hin. Machen die noch mit drauf. Und dann dürften die eigentlich alles, was hier kommt, ohne Probleme killen. Obwohl ich das fast lieber drüben machen würde und hier den Turm noch mitnehme, ne? Naja, was wir sicher mal machen, ist das hier. Und das hier. Und hier machen wir... ...das hier. Und das hier. Werdet ihr die 2. Und ihr die 1, dass ich einen Überblick behalte. So, da bleibt er in der Mitte. Ihr bleibt auch mal hier. Einen Spinn-Truppen, nehmen wir mal schnell hier hin. Einen hier hin. Die machen wir schnell die 4. Äh, du bist der, der Gruppen schwächt. Du unterstützt die hier. Und macht ihr hier, weil ich nehme an, dass der Kommandant über die Seite reinläuft. Hier so. Ähm, das Baumwesen mal schnell hier hin. Ich glaube, so weit, so gut, ne? Grundlegender Geschossschaden. Die müssen jetzt eigentlich ordentlich davon profitieren. Ja, hier. Schaden. So, bei den Türmen müssen wir halt noch warten, bis wir was bauen können. Ah, der hängt auch an dem, ne? Der hängt an dem. Woran hängt der denn? Auch an dem. Ja, dann stecken die auch den Grund gegen den Geschossschaden, würde ich meinen. Dann haben wir die trotzdem auch hier hin. Nightingale, grüß dich. So, Drückia. Oh, was machst du denn? Drückia hat jetzt nicht mehr die Fähigkeit hier von den, vom Zorn. Sondern das steht jetzt einfach woanders. Und das ist auch gut so. Ich überlege, ob ich das trotzdem verteidigen will. Wastalker, bereit! Ich stehe da noch nicht drin. Oh. Oh. Da kommt die Verstärkungsarmee. Bis dahin ist er aber dead. Jawohl, bleib mal ein bisschen hinten stehen. Ich mach mir da schon Gedanken drum. Und schicken die Spinnen da noch mal schnell mit rein. Geht ihr trotzdem mal da rüber, bitte. Das Gefühl, dass nämlich ein größerer Teil der Armee auf der Seite reingeht. Ihr bitte zurück. Ich hoffe, dass die das überleben. Ja, aber sieht gut aus. Ich glaube, das kriegen wir. Die Urgaben halt immer das grosse Problem, dass sie viel zu groß sind. Da kommt der nächste Trupp. Da kommt auch nochmal die Verstärkung. Auf den versuchen wir jetzt noch schnell das Bremsen reinzumachen. Es kommt echt viel nochmal nach, ne? Ne, ich warte noch. Zurück den Kommandanten zu brechen. Wo bist du? Hier. Mach den Zauber auf ihn, bitte. Das sieht gut aus auf beiden Seiten. Die ist und bleibt ne knappe Geschichte, glaube ich. Die werden hier jetzt noch ein paar Mal den Trenchmaß draufjagen. Das, was die da kämpfen, ist auch nichts wert. Haben wir sie? Da hab ich mal Tüme gebraucht. Theoretisch, theoretisch haben wir sie. Praktisch haben sie aber noch die, äh, wie heißen sie? Die. Sehr gut, Fisch. Wir folgen noch ein bisschen. Ich hab gar nicht alle Zauber wirklich ausgenutzt, ne? Wir hätten eigentlich noch viel mehr gehabt. Okay, damit haben wir sie besiegt. Das war tougher, als ich erwartet habe. Ein bisschen Knepper vor allem auch. Aber, das ist so eine knappe Schlacht war und es waren relativ viele, dürften auch viel XP, also es dürfte viel XP rausspringen. Okay, was machen wir? Aufstocken. Das Geld. Ah, wir stocken auf. Nicht, dass er irgendwann noch ne Armee hat. So, ich stelle mir die Frage, ob ich jetzt oben ne zweite Armee aufbaue. Da bin ich noch nicht sicher, Kollege. Ich spiele mit dem Gedanken, dich nämlich auch einfach zu catchen. Ah, damit hat sich das eh erledigt. So, ein Gefecht gewonnen. Schön. Chance auf Kontrollverlust minus 10, Energiereserven, Kapazität der Winde der Magie, plus 8, wundervoll. Wir gehen hier auf Sammel, weil wir haben die halt bei Goldstufe. Und hier machen wir Schutz. Nein. Das wäre im Wald. Ich mache mal mehr Munition, weil Zero Drop, die geht teilweise echt Immuni aus, ne? So, wir machen den Schlapp. Und da hat er ein Lager. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob der, ob wir da angreifen. Wenn wir es tun, der käme halt, ne? Relativ zügig würde der, würde der sagen, das ist meine Chance. Jetzt, jetzt los. Mehr Rüstung für euch, beide, Alatani und Zenon. Ich würde das halt schon gerne holen. Er wird aber sofort kommen, wenn er könnte, wenn er kann, ne? Er hat Magie. Aber die Armee ist, die Armee ist zu machen. Hier hinten hat er nichts mehr groß, ne? Ja, ja, die Armee ist zu machen. Weil der Wald ist jetzt schon bei elf. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Eishof. Also wir könnten Rubbels wiederholen. Das Risiko ist mir fast ein bisschen zu hoch. Ich weiß halt nicht, was er da hinten noch hat, ne? Ich ziehe mich mal zurück. Wir regenerieren mal durch. Und wenn er angreift, ja, dann haben wir halt die Verteidigung. Wenn er sich zurückzieht, holen wir das da. Dann hat das, dann hält das halt noch eine Runde da. Dann ist es nun mal so. Und das ist schon okay. Okay. Hier sind wir bei 71. Pro Runde machen wir vier. Damit lässt sich leben. Und... Ich glaube sogar... Es ist für mich ein bisschen schwer, hier nicht eine Armee drin zu haben. Ja, kommt Rubbels. Okay. Doch, doch. Machen wir so. Ich kann dich gerade nicht viel mehr machen. Wir müssen hier ein bisschen warten. Ein Hybrid-Spezialist. Das wäre ja nicht so schlecht, ne? Riesenadler. Wir bauen das hier mal auf. Damit wir das noch eins ausbauen können, dass wir hier noch eine zweite... Also, den hier kriegen. Heldenkapazität plus eins, ne? Dann können wir nämlich nochmal einen holen. Kann dann in die Armee oben von Rubbels. Und dann wird das was. Jetzt hoffe ich, dass er seine Truppen wieder zurück verschiebt. Damit wir das hier holen können. Und dann sogar noch das Lager platt machen. Oh, wo ist er jetzt hin? Gewölbe des Winters. Über Aranok scheint die ewige Sommersonne. Die Nacht hat hier keine bleibende Stadt. Die Nacht hat hier keine bleibende Stadt. Die Besucher dieses mysteriös strahlenden Teils des Waldes schlemmten ohne Unterlass in Vorbereitung auf die kommende Opferzeit. Allenthalben wird gemunkelt. Ich kenne das Wort gar nicht. Wird gemunkelt. Diese Zeit stünde nun bevor. Doch die Gäste... Doch die Gäste könnten sich noch satter essen, um sich noch besser vorzubereiten. Was meint ihr dazu, mein Fürst? Wir könnten fressen. Gib mir Geld oder mehr Wachstum. Sie opfern. Wir opfern alles. Männer und Frauen des Nahkampfs. In Klammer. So wie immer ist das schwer zu Cains Schreien zurückgekehrt. Super. Vielleicht ist dies das Beste. Vielleicht ist es das Beste. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wo die Armee hin ist, ob sich sie irgendwo versteckt hat oder nicht. Aber wir greifen jetzt hier Arkendorf an. Und das machen wir einfach mal Fisk bei Autoschlacht. Und wir räumen das Heiderland frei. Rüstungsdurchdringenden Waffenschaden für Baumschrater. Der Rüstungsdurchdringenden Waffenschaden für Doriaden. So, eine Runde noch, bis wir das hier bauen können. Und hier braucht es noch ein bisschen. In vier Runden kriegen wir einen Platz und da können wir wieder was Neues bauen. Und dann machen wir da was für Geld rein. So, zwei Doriaden noch mal. Ein paar seltener, eine Eigenschaft erhalten. Ich baue hier hinten noch mal eine kleinere Armee auf, dass falls hier noch mal eine Begegnung für den Wald kommt, dass wir uns da beteiligen können mit Rubbels. Weil wir brauchen eh acht Runden, bis wir wieder zurück können. Und wenn das fertig ist, kosten auch die Einheiten, die hier drin sind, ein bisschen weniger. Dann kommt das gut. So, jetzt bin ich gespannt, wer was macht. Hm, die Orks kommen, ne? Im Tunnelnetzwerk abgefangen. Ein knapper Sieg. Ja, da sehe ich uns eigentlich schon, ne? Wollen wir das Tunnelnetzwerk nutzen? Es ist keine schlechte Gelegenheit eigentlich, ne? Ja, aber wir kämpfen es. Weil ich das Gefühl habe, dass hier die physische Resistenz, die doch physische Resistenz nicht richtig berechnet wird von den Orks. Die haben nämlich eigentlich recht viel physischere, sie. Sind da eigentlich sehr, sehr gut. Okay. So. Er greift mich an. Äh, wir greifen ihn an. Was wir machen ist, wir stellen uns hier auf und unsere Bogenschützen, die paar, die Handvoll, die wir haben, die bewegt sich hier hin und wenn sie von hier oben runterschießt, dann macht sie viel, viel mehr Schaden. Mein Manticore stellen wir mal hinten hin, weil der rastet jedes Mal aus. So, let's go. Wir können sie eigentlich ein bisschen ausbremsen. Genau so. Das stehen auch hier hinten, die Spinnen. Wie schnell sind die? Die sind schneller als meine Spinnen. Ready and Able! You do not stop it! Die sind gerade wieder. Ich bin schon der Runde. Die sind immer nach oben. Ich bin schon der Runde. Die sind nicht so da. Ich habe zu warten! Binge das sind immer nach oben. Das ist nicht so da. rennt da mal rein, ihr habt den Schwung von oben der Boss kommt nicht näher, das ist smart sehr smart da mal drauf das macht nichts geht auf ihn los, Schwäche nochmal, mit Angrebe, Verteidigung, also nicht ich weiß eben nicht mehr ob die, ey, ob die noch fliehen können oder nicht ich meinte aber wenn die in seinem Tunnelnetzwerk abfangen, wäre das schon ein Problem wir laufen jetzt dem ganzen Bums aber trotzdem schnell nach Fallthelfen sind einfach OP, ja ok, sorry das war jetzt aber auch nicht wirklich eine gute Armee ich meine, diese Reiter hier wenn die außen rum kommen und die Bogenschützen attackieren, ja, vielleicht noch aber ansonsten vor allem ist das unsere Hauptarmee, ne, wenn die drauf geht, war's das ja, so drastisch vielleicht nicht, aber irgendwie so, wie ich hinaus will so, wir töten die Gefangenen, weil ich die XP will, damit wir endlich Vollstufe erreichen ein Geschenk ein Geschenk, er möchte von mir Geld, ansonsten erklärt er mir den Krieg äh, ja, klar das ist auch einer der Gründe, warum ich eine zweite Armee aufbauen da oben übrigens das wäre die Gelegenheit, die hier einfach wegzusnacken, ne das sind acht, das sind sechs also wir können hier zack, die wegsnacken, das holen ah, die Technologie wurde erforscht ne, das ist Infanterie das ist Geschwindigkeit für alle Armeen, fünf Prozent, das machen wir Schild des Waldes, also, noch mehr physische Resistenz für unsere Drujaden und das machen wir ewige Wache, Drujaden ewige Wache, Drujaden wir gehen hier auf die Drujaden, die auch bald Kurzstufe sind älteres Schießen für dich mehr Rüstung für meine zwei Helden hier die Sanden und Alatania die Armee würden wir eigentlich schnell auseinander kriegen würden dann aber direkt einen Schlag mit ihm hier starten wir müssen jetzt zuerst mal gucken, dass wir irgendwie nicht eingespackte gebacken kriegen gegen Wieseland wende ich mich nicht das machen wir nicht gegen wen kämpfst du eigentlich alles gerade gegen niemanden, du hast also Langeweile gegen die Skathen, theoretisch gegen die Skathen, theoretisch das ist ein riesiges Problem, ich wollte die Zwerge hier eigentlich als Pufferzone haben um ja 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 doch, wir greifen die an wir machen hier eine Autoschlacht ist okay nein, der Zweck existiert noch wir machen hier die Reserven so, das dürfte hier auch nochmal, genau, ordentlich Bonus gegeben haben so, Stellung halten Stellung halten ist gut weil sie kämpft ja immer mit so, wir werden gucken, ob die Skarsnake irgendwie noch ein bisschen in die Schranken weisen können wir machen hier Energie Reserven plus 5, damit wir hier mehr haben und hier machen wir auch nochmal plus 5 die auch noch ein bisschen mehr haben jetzt können wir 118 fassen insgesamt so, wir dürften, wir müssten die kaputt machen können und dann noch nach Arkendorf zurück kommen können nach einer Autoschlacht der killt mir den einfach nicht, das finde ich super so, Arkendorf holen wir jetzt noch dann regenerieren wir hier leicht in Frieden wäre er nicht zu haben es könnte sein, dass wir uns jetzt ein bisschen überdehnt haben so, wir holen die zwei noch wir fallen jetzt dann gleich ins Minus und zwar ein gutes Stück aber das macht nichts weil wir hier die ganze Zeit am Kämpfen sind er hat sich das in einer guten Waage so, er könnte das jetzt attackieren könnte er 28 das ist eine diplomatische Beziehung wir könnten versuchen natürlich hier dem den Zwerg das wieder zu geben wir müssten eigentlich unsere eigentlich müssen wir da ein bisschen unsere Verbündeten irgendwie stärken oder potenzielle Verbündete stärken ok, damit habe ich tatsächlich gerechnet das ist wieder eine Verteidigungsschlacht das heißt wir können hier wieder aufstellen bla 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 ich glaube es dürfte klar sein klar, er hat hier ein bisschen Zauber aber mit den Bogenschützen wo wir wieder die gleiche also das was wir schon am Anfang von der Kampagne äh von der Folge gemacht haben stellen wir uns wieder auf deswegen machen wir hier einfach eine Autoschlacht und gut ist, ne? ja, aber das ist in Ordnung so, das heißt wir haben hier wieder eine Schlacht gewonnen und das geht nochmal eins hoch weiss ich nicht ob er da noch gross was hat Geflüster im Wald aha, hier an dieser Stelle ok, wir müssen zuerst das Geflüster im Wald da machen bevor wir irgendwas anderes machen können wo haben wir nicht angespackt wo können wir was machen ok, der handelt mit den beiden die mögen uns theoretisch auch wir versuchen den Zwerg da irgendwie wieder zu installieren gleich zuerst machen wir aber das hier weg das Geflüster des Waldes Wald der Finsternis das Tal der Netze ist die Heimat riesiger Spinnen sie sind Teil des natürlichen Ökosystems haben jedoch die unangenehme Tendenz Spinnenkultisten der Grünhäute anzuziehen ihr könntet dies zu eurem Vorteil nutzen und die von ihren Spinnenschamanen erzeugte Magie kanalisieren oder sie sogar mit falschen Visionen ihrer Spinnengötter manipulieren es überrascht kaum, dass die Baumgeister stattdessen die Vertreibung der Grünhäute fördern wir könnten sie verschonen haben wir bessere diplomatische Beziehungen mit den Grünhäuten wir könnten das auch einfach angreifen für mehr Wachstum, mehr Kontrolle und die Grünhäute mögen uns weniger es ist jetzt nicht so, dass wir nicht eh schon ein Problem hätten mit den Grünhäuten wir führen diese Schlacht weil das zählt auch dann zusätzlich noch als eine Schlacht die wir geführt haben wir kämpfen das fix selber weil wenn wir die Schlacht kämpfen und dann noch runter laufen und unten noch die andere Stelle holen dann werden wir das Problem kriegen, dass wenn er weiter hinten noch eine Armee hat also wir machen die weg und dann holen wir die Siedlung und er hat hinter der Siedlung noch eine grosse Armee und ich mache eine Autoschlacht und fliere hier viele Truppen dass mich das dann den Sieg kosten könnte schlussendlich deswegen machen wir das so, dass ich hier alles schnell aufstelle wieder selber campen und dann haben wir das Problem nicht direkt der Angreif sehr gut schön schön es sind auch viele Spinnenlinge die hier rumspinnen spinnen spinnen und sie sind bereit Spinnenschlüpflinge. Wohin wollt ihr? Wohin geht ihr? Die, die da außen rum gehen, beunruhigen mich aber ein bisschen. Das hier. Deswegen machen wir die eine Spinnenlinge da mal raus und die wieder rein und so. Wir müssen gucken, dass sie möglichst alles erwischen. Weil das was überlebt, überlebt halt auch noch auf der Karte wirklich. Ach. Okay. Lass noch schnell speedy, speedy machen. Kingsley grüß euch. Wie es läuft? Gut, gut, gut. Ähm, überall kämpfe, aber das ist das, was spannend ist. Ja, das passt schon. Aber gut. Diese Schlacht hier müsste eigentlich auch als Schlacht zählen. Und jede Schlacht, die wir in dem Gebiet, also überall da, wo die, wo die... Also die Bäume haben ja einen Radius von Siedlungen, die zerstört werden müssen, dass der Baum gedeiht. Und wenn man in dem Radius eine Schlacht kämpft, zählt das auch, als der Baum gedeiht. Und da wir ja hier in der Schlacht kämpfen, müsste das theoretisch dazu zählen. So, wir stärken unsere Leute. Hier. Äh, Gefecht und Niederreißen. Drei. Das müsste eigentlich dazu gerechnet werden. So, jetzt habe ich hier tatsächlich das Problem, dass er mir hier... ...mit echt viel noch entkommen ist. Also wenn er hier gerade runterläuft, habe ich das Glück, dass wir ihn vielleicht kriegen. Und die unterstützen uns hier auch gegenseitig. So, dann machen wir das halt so. Ähm... Hinterhalter Volkschancen machen wir noch hoch. Jetzt haben wir 100%. Ich habe die andere Stadt jetzt extra nicht geholt. Dann machen wir halt jetzt mal ewige Jagd, ist gut. Hier machen wir noch mehr Rüstung für euch beide, Alatani und Zenden. Ihr sollt noch stärker werden. So. Das kommt jetzt hier rein. Er hat jetzt wieder drei Siedlungen. Er hatte nur zwei vorher noch. Ich glaube wir müssen dem Zwerg helfen. Und aus Dankbarkeit können wir dann da an der Stelle einen Verbündeten... Also erhalten einen Verbündeten, der uns gut deckt. So, wir machen nochmal zwei von denen, damit ihr auch schön die XB mitnehmt. Ja, das kostet uns viel. Aber ich bin der Ansicht, dass wir das schaffen. Ich weiß nicht, wo jetzt noch was kommt. Aha. Schau an. Der will eine Nicht-Dankes-Fuck mit uns. Er ist auch mit Raikland verbündet. Das heißt, das machen wir auch schon mal. Mit Karak regieren würde ich auch wahnsinnig gerne, aber der kämpft gegen Wieseland und ich bin nicht irre. So, sie fängt mich immer mehr an zu mögen. Das heißt, wir schieben ihr noch ein bisschen Kohle rüber, dass sich das hoffentlich in die richtige Richtung bewegt. Solange sie vorne noch Feinde hat, also hier, wird sie uns wahrscheinlich nicht den Kampf erklären. Wenn sie es tut, Rubbels steht ready. Wenn ich ihm die Hauptstadt wiedergebe, wird er sehr dankbar sein. Genau, das ist auch das Ziel. Dass ich auf der Seite die Zwerge installiere dafür, dass wir hier unsere Bäume haben. So, komm, lauf runter. Oder lauf hier hin. Aber mach was. Graulor, grüß dich. Hm, nein. Wir kämpfen gerade, kriegen die Vampire. Mit den Vampiren haben wir es theoretisch gut. So, ich gönne mir hier die Autoschlacht. Ich denke, das ist okay. So, auch hier hat er nochmal profitiert. Jetzt merkt ihr auch, warum ich die Schlachten teilweise selber kämpfe. Dass die Truppen nochmal fliehen, damit ich nochmal eine Schlacht führen kann, damit wir nochmal Dings kriegen. Ich meine, 47 ist schon echt hoch dafür, dass wir eigentlich gar noch nicht so viele Runden machen. Aber... 87 haben wir hier. Das heißt, den... In ein paar Runden haben wir den gemacht. Du hast die Art und der Runden. Schade, dass sie keinen Frieden schließen können hier, ne? So, hier seht ihr. Mit den Vampiren haben wir es theoretisch gar nicht mal so schlecht. Das hängt auch einfach daran, dass wir hier, ne? Seht ihr es? Bonusbeziehung mit den Vampirfürsten eingehen können. Was mich ein bisschen stört bei der Fraktion, dass die ganze Fraktion plus 10% Unterhalt zahlen muss. Ähm... Nur für... Nur für Waldelfen, ne? Die... Darum geht es auch, dass man hauptsächlich mit den Drujaden arbeitet bei der Fraktion. So, Autoschlacht. Äh... Wir räumen es. Weil dann kriegen wir nochmal plus 5. Ah, das ist es also. Ich sehe schon. Ich sehe das Problem. Dunkles Herz. Will ich sie jetzt noch stärker machen? Theoretisch würde ich sie eigentlich gerne noch stärker machen. Ein Blitzschlag wäre natürlich auch nicht verkehrt jetzt, aber... Das penumbrische Pendel wäre langsam mal Zeit, ne? Ich habe bis jetzt immer mit anderen Sachen gearbeitet, aber das penumbrische Pendel kommt jetzt mal langsam dran. Also, Alotani, was machen wir mit dir noch? Der Fluch ist gar nicht mal so schlecht. Reichweiter, Dauer... Ich kriege sicher fein den Reichweiter aus. Für 11. Ich gebe euch noch mehr Lebenspunkte und dann das. Ich mache euch zuerst mal extrem zäh. Priorität Nummer 1. C. Ja, sie kommen 170 Meter weit und haben Gift. Wir machen doch die hier. Fällt gerade ein, wir haben das ja ausgebaut, ne? Kann ich dann hier nochmal einen... Ja, können wir noch. So, der geht auch mal wieder an YouTube. Dann kann der nächste Kommandant oder so an Twitch gehen. Reichweiter plus 15... Partikel. Der geht an YouTube und trägt den Namen... Blechwalze. Blechwalze, du bist mit am Start. Du unterstützt Rubels hier. Du bist ganz artig und stark. Palatania, das bist du in der Tat. So, zur Not könnten wir hier noch ein bisschen aufstocken. Ich mache jetzt nur mal die zwei rein. Die machen wir da vielleicht noch anschließend drauf. Okay. Bin ich gespannt, ob die Zwerge das irgendwie noch gebacken kriegen. Und ich muss mal gucken, ob ich mit den ein oder anderen Orks noch Frieden schließen kann. Hm. Der hat noch drei Siedlungen. Der hat hier oben, glaube ich, ein bisschen das gleiche Problem, ne? Wir könnten dem auch unter die Arme greifen. Klan Angrund und Karagirn haben konfederiert. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt Zugang haben zum einen von beiden. Nein. Avaland hat nichts mehr, die sind weg. Silvania kämpft, also schlägt gerade wild um sich. Ich halte die Möglichkeit, eine Konfederation mit der Fraktion von Argvilon einzugehen. Gewinne drei Schlachten gegen das folgende Volk. Zwerge. Oh, nein! Ich will da nicht gegen die Zwerge kämpfen. Naja, vielleicht packen wir uns irgendwo ein paar unartige, ne? Ja. Keine Siedlungen hat er da noch. Ja, egal ob wir es besetzt haben oder nicht besetzt haben. Ist eh immer gut für uns. Wir könnten hier hin und den danach flatt machen. Wir könnten hier hin und das da holen und das den Zwergen wieder zurückgeben. Aber ich glaube, dass wir das Problem haben, dass ich dann hier hinten durch muss. Wenn wir das hier nehmen würden, könnten wir es ihnen zurückgeben und Frieden schließen. Das wäre eine Möglichkeit. Ach, schwierig. 9500. Wir machen mal die Weinrebe für 600. Plus. Und hier machen wir auch die Weinrebe, damit wir wieder ein bisschen Geld kriegen. Und... Es macht mehr Sinn, wenn wir den hier ausbauen, ne? 9500. Dafür müsste ich aber irgendeine Schlacht gewinnen. Wir greifen die hier an. Und... Rauben es aus, damit ich noch Bewegungsreichweite habe, um nochmal ein bisschen wegzukommen. Also hier so... Dass wenn er mich jetzt angreift, dass ich noch fliehen kann, damit nicht die Armee und die Armee zusammen mich hier hinten platt machen. Ansonsten hätte ich nämlich ein Problem. So, mit dem geraubten Geld bauen wir das jetzt aus. Und ich bin am überlegen, ob wir mit der Armee jetzt hier hinten durchgehen und versuchen, den Ork hier in die Schranken zu weisen, damit wir denen hier helfen können. Schau schnell! Schau schnell! Weil den Wald haben wir ja gleich. Schau schnell zuweilen, oder? Schau schnell zu weisen? Die Armee! Schau schnell zu weisen! Schau, wie es ist denn, dass wir ihn nicht schaußen! okay wir machen 1200 plus in der nächsten runde guck wer da kommt guck wer da kommt wir rennen dahin und machen den hinterhalt wir haben schließlich 85 prozent dann soll es ruhig versuchen was nicht schlecht ist für uns weil da machen wir gleich noch mal so forschung sind wir durch alle armeen sind fünf prozent schneller wundervoll chance auf magischen gegenstand fände ich gut diplomatische beziehung mit dunkelelfen das sehe ich noch nicht so ich hätte gerne diplomatische beziehung mit dem imperium aber das wohl ein träumchen bleiben einkommen abkühlzeit auf zauber verlust verstärkungsrate das haben wir hier alles reiter so option das brauchen wir auch nicht unbedingt wir gehen hier durch richtung diplomatische beziehung und bewegungsreichweite fünf prozent seht ihr gerade nicht ne warte ich mach das schnell so hier jetzt seht ihr es damit können wir gut was rausholen in zwei runden haben wir den ich weiß nur nicht was wir dann abreißen um den platz zu machen um das zu bauen was gibt mir der eigentlich kontrolle rang bei der held bei bei der rekrutierung des helden plus drei dann dann wäre der bei der rekrutierung schon rang 6 das ist natürlich sehr schön es gibt 600 das gibt 300 das machen wir alles nicht weg das wäre ja doof den brauchen wir sicher noch und dann machen wir den auch das sind die zwei müssen wir halt einfach die 13 runden warten das ist schon okay es geht mehr darum dass wenn der hier geheilt ist dass wir noch mal ordentlich profitieren eine globale rette rekrutierungskapazität das ist es schau und wir haben einen neuen da die beziehung mit ihm hoch geht können wir den nicht angepackt mit ihm sicher gleich schließen ok komm uga komm raudig natur dankeschön für den follow wir füllen mal auf wenn wir mit dem imperium macht kein unfug schatz gott ich dachte schon gleich nicht angepackt nach schließen das ist ein bisschen sehr viel kohle ne dann machen wir das einfach so ich dachte schon sie greift mich an ich dachte schon sie kann doch gehen ok wenn wir mit wieseland gute beziehungen pflegen müssten auch gleich müsste das imperium auch gleich kommen unter dem blick mors liebs unsere krieger dringen tief in feindliche lande ein doch es ist nicht alles gut es zeigt zeigt sich dunkler oben als sehr der als sehr der schatten des gehörten gottes aus dem bösen mond heraus zu muss liebs blick hält die armee kriegseifer die oben verbessern wie verbessern die oben für geld ich weiß nicht was die konsequenz wäre wenn ich es nicht täte aber aber nicht vor es raus zu finden also wir haben ein problem er hat nur noch zwei siedlungen hier ne wir müssen dem helfen die 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 mit den orks kann ich nicht verhandeln das bedeutet wir bewegen uns hier hin blündere folgende ruine ach so folgende region ja wie will ich es plündern wenn es nicht besetzt ist frag für einen freund so das penumbrische pendel nehmen wir jetzt mit hätte es schon früher machen sollen aber es hat sich nie so richtig ergeben hier mehr munition für sebo drop dann alatania du kriegst was kriegst du was kriegst du tödlicher ansturm weil waffengrund schaden und rüstungs durchdringenden schaden den boosten wir und dann ballern wir euch hier noch den grundwert hoch ne richtig schön viel schaden so rubbelst du bist eine stufe gestiegen du bildest die leute jetzt aus damit hier ein bisschen was passiert und jetzt stelle ich mir die frage versuchen wir den zwergen größtenteils zu helfen theoretisch ja so also karak drin die beziehungen verbessern sich aber er hat nur noch zwei siedlungen jetzt müssen wir den orks müssen wir den orks in den arsch treten damit wir unseren potenziellen verbündeten helfen weil wenn die auch weg fallen haben wir ein problem ne reichland geht auch hoch das geht runter das verbessert sich ok wir bauen das hier aus dann können wir hier hinten noch einen zusätzlichen magier holen aber passive fähigkeit blut feen ist so stark bei denen weil ich jetzt so gerne zwei das ding ist halt also gift feen fand ich echt gut gegen gegen kommandanten und helden und was weiß ich also das ist nicht zu unterschätzen finde ich vor allem auch vitalität pro sekunde plus 100 prozent wenn ich mich nicht täusche ich habe die zahlen nicht mehr im kopf aber wenn wenn eine truppe oder ein kommandant erschöpft ist also die vitalität ist bei null dann machen die glaube ich um die 30 prozent weniger schaden also das ist ein signifikanter eine signifikante reduktion der kampfkraft und die fähigkeit es geht es geht da gar nicht es geht gar nicht so sehr darum dass dass man hier noch schaden macht sondern dass die vitalität vom gegner einfach in den boden geschossen wird das heißt du hast ein duel beide sind fit du machst den zauber drauf der andere ist nicht mehr fit und dann hast du schon extremen vorteil ne also das unterschätzt man ich hab das geld nicht ja das ist jemanden der mich unheimlich mag und mir bereit ist ein bisschen geld zu geben die spazierende land kann warten unsere beschenke ist nicht das ist nett von dir 300 ist ok 250 200 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 Ich glaube, bei ihm werden wir Riesenwölfe reinnehmen. Damit wir das zum Flankieren haben. Ich finde, es ist eine schwierige Kampagne, weil ich kann nicht einfach Gebiete einnehmen und dann gehört das mir und das ist gut. Sondern ich muss mich immer auf Diplomatie verlassen. Ich muss gucken, ja, stärken wir das Imperium, stärken wir die Zwerge. Wo nehme ich mir jetzt die Zeit, um den einen oder anderen noch zu unterstützen, dass ich wenigstens ein paar Verbündete habe. Für uns ist es natürlich sehr... Das interessiert mich nicht. Gute Arbeit. Die Gesundheit des Waldes hat sich ausreichend verbessert, um ein Ritual der Wiedergeburt durchzuführen. Dies garantiert seine dauerhafte Erneuerung. Doch Vorsicht! Feindliche Streitkräfte werden versuchen, das Ritual zu unterbrechen. Genau, wir können das Ritual der Wiedergeburt jetzt durchführen. Na hier wieder ein Flüstern. Hat das Flüstern hier eigentlich was angerichtet? Nein. Ja, ist bereit zur Wiedergeburt. Voll das schöne Icon, man. Mega geil. Also das schöne Bildchen. Wiedergeburt kommt dann in der nächsten Folge. Das machen wir in der Folge. So, wir könnten die jetzt attackieren und können denen hier jetzt helfen. Wie gross ist die Chance, dass wir da eigentlich uns jetzt in eine Kacke reinmanövrieren? Und wie gross nicht? Er hat noch eine einzige Siedlung. Oh mein Gott. Aber mit ihm werde ich nicht freund. Das ist kacke. Kaiser Hardy, danke für den Sub. Hallöchen. So, hier folgendes. Äh, Waldgesundheit. Wald der Finsternis. Diplomatische Beziehungen plus 20 mit Zwergen. Wenn wir das hier durchboxen, ne? Also wenn wir das auf 100 haben. Dann haben wir mit den Zwergen schon mal eine Möglichkeit was zu machen. Mit den Orks haben wir das nicht. Ich meinte zumindest, dass wir das nicht haben. Hier, das ist Gruftkönige. Das ist Bretonen. Das ist Hochelfe. Dunkelelf. Imperium. Ogerkönigreich. Kethay. Ihr merkt, worauf es hinausläuft. Wir müssen den Zwergen helfen. Aber die Zwergen sind hier gleich dead. Hm. Oh, Kethay, Vlarkira. Glastiad. Wir lieben uns uninvited guests, nicht wir, lads? All here are honored Dwarfken. Ja, okay. Also. Wir greifen sie an. Sie sind jetzt Feinde. Und ja, das ist ein riskanter Move. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir es nicht machen, haben wir langfristig... Also kriegen wir langfristig ein Problem. Das heißt, wir rennen hier rein. Mit einem knappen Sieg schaffen wir das. Ich glaube, das muss ich nicht kämpfen, oder? Es dürfte klar sein. Wir haben Magie, sie haben keine Magie. Wir nehmen es. Scheiße, wir können hier noch keine Siedlung tauschen. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell die hier holen. Das und dann das, damit wir ihm das geben können. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon zu spät sind, oder nicht. Ich weiß nicht, ob wir schon zu spät sind, oder nicht. Gut. Gut, gut. Sind die auch schon Goldstufe, sind sie. Das Brüllen des Waldes. Geschossresistenz, Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff. Das machen wir auch noch. Weil der ist Gold, der ist Gold. Dann machen wir Sevo Drop. Dich machen wir noch stärker. Auch wenn du nicht wirklich mehr profitierst. Also, ja, glänzend, genau. Und hier wollte ich ja noch voller Kanne auf Waffenstärke gehen, damit ihr richtig schön reinzimmert. Ich hoffe so sehr, dass wir nicht... Rituale sind verfügbar, ja. Ich will hier aber eigentlich noch ein bisschen mehr Truppen reinnehmen. Das heißt, wir warten sicher noch eine Runde. Ob ich schon über die Ziele gesprochen habe für den Kampagnen-Sieg? Nein, noch gar nicht. Lass mich nicht im Stich, Zwerge. Macht was. Holt das hier, dann hole ich das und ich gebe euch den Bums. Ah, okay, da kommt direkt... Da kommt direkt was. Also, wenn sie... Zwei Runden überleben, ist gut. Oh, aber die handeln mit... Die handeln mit... Ja, okay. Das dürfen wir hinkriegen. Gut. Ganz kurz noch die Ziele, was wir eigentlich machen müssen. Wir müssen... Halte die Kontrolle über fünf Provinzen, entweder durch direkten Besitz oder vassalen militärische Bündnisse. Das hier, das, das, das und das. Das heißt, wir müssen die Sachen hier holen. Wegen die Waldelfen müssen wir dann kämpfen. Das wird dauern. Ähm... Das ist der kurze Sieg. Der lange Sieg ist, dass wir ziemlich viel haben müssen. Die Eiche verteidigen und die Wiedergeburt. Das ist... Das findet auch alles hier statt. Zudem, damit wir überhaupt Athel Loren heilen können, müssen wir die anderen Bäume besitzen. Also, wenn wir hier... Wenn wir den auf Max haben, dann sieht man Waldgesundheit plus vier pro Runde in Athel Loren. Und Athel Loren ist eben hier. Da brauchen wir aber 400 bis 500, dass das geht. Dafür bin ich auch hier hin, dass wir hier dann das Gleiche haben, ne? Nur habe ich mich hier jetzt gerade ein bisschen in der Situation manövriert, die nicht so ideal ist. Aber gut. In der nächsten Folge versuchen wir die Zwerge wieder irgendwie zu installieren. Und hoffen das Beste. Denen hier geht es noch einigermaßen gut. Ich habe aber das Gefühl, dass wir auch auf die langsamer los müssen. Und den Zwergen hier helfen, dass wir hier so eine kleine Zwergenpassage machen. Dass wir das hier irgendwie unter Kontrolle kriegen. Das in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir auch den Wald heilen. Dafür müssen wir aber hier noch ein paar Sachen reinmachen. Weil wenn wir das machen, werden wir nämlich hier angegriffen. Wäre die Nemesis-Krone nicht eigentlich gut für 3K? Ja, theoretisch wäre sie nicht so schlecht. Aber ich habe dann auch wieder noch mehr schlechte Beziehungen mit allen Fraktionen. Und ich brauche ein paar Verbündete. Ich kann nicht alle Wälder alleine verteidigen. Das geht einfach nicht. Nicht, wenn überall Feinde sind. Gut. In der nächsten Folge geht es weiter. Like da lassen, comment da lassen, wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt. Und ich freue mich drauf. Auf nächste Folge. Tschö.